so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal start child meine lieben es ist ja mal wieder soweit das wochenende naht also hoch die hände wochenende wenn wir mal reinschauen in die energien was sieht man denn da so schön ist mal wir gucken da mal verschiedene rubriken an wer jetzt hier neu ist wir gucken mal allgemein welche energien sind dafür das wochenende dann schauen wir natürlich auch mal hier am kanal kurz bei der liebe rein was gibt es denn da schönes zu sehen und dann gucken wir natürlich auch mal was ist ganz speziell für dich richtig und wichtig am wochenende und danach noch eine botschaft aus der geistigen welt und schauen dann natürlich auch am ende in das schöne eulen glückseligkeits orakel kartendeck na also da wollen wir mal schauen was wir so schönes sehen und was uns das wochenende bringt ich hoffe ihr habt auch schönes wetter bei uns ja die sonne scheint zwar aber es ist sehr kalt mal deswegen am besten man genießt die sonnenstrahlen dann entweder bei einem spaziergang wo man sich schön warm anzieht oder man schaut einfach aus dem fenster kann man sich ja dann auch aussuchen so okay dann ist es jetzt hier schon soweit ich würde sagen wir fangen einfach mal an schauen mal in die energien rein was gibt es denn da so zu sehen und wir fangen einfach mal mit der allgemeinen energie an also was ist denn am wochenende mal so grundsätzlich los hier eigentlich was kann man einem wahrnehmen und da ist auch schon ein mann gefallen ja wenn du es natürlich als frau zu siehst dann sie dich natürlich hier bitte auch als frau das ist einfach nur die personenkarte also ich sehe auch hier schon wieder es geht vorzugsweise einzig und allein erst mal wieder um dich da habe ich auch vorhin einen schönen spruch gelesen achte darauf dass dein glas immer voll ist nur so kannst du denen die nichts im glas haben etwas einschenken und da geht es natürlich auch um energie na wenn du in deiner energie bist wenn du stabil bist und gut drauf bist so halbwegs gut drauf na da kannst du auch anderen was von deiner energie abgeben so geht es ja mir auch immer hier wenn ich meine energie ja an euch weiter gebe also ist schon mal ganz schön dass du jetzt da selbst gefallen bist und dann schauen wir mal was man da noch für eine karte kriegen spannung steigt da ist auch schon eine karte gefallen ach okay das ist der stern so der stern ja klar da geht es immer um klarheit fülle wunscherfüllung also eine ganz ganz tolle schöne karte einer der drei schönsten karten neben der liebe und der sonne natürlich noch der stern da geht es um ja um die klarheit auch dass du vielleicht bei dir selbst sein darf noch selbst sein soll es sogar in deiner mitte stehen egal was dann hier unten noch alles kommt wenn du stabil bist wenn du deine mitte bist dann kann dir da ja schon mal von haus aus nichts passieren na so jetzt schauen wir mal worum es das und noch so geht okay da haben wir noch einen schlüssel so der schlüssel das ist die erfolgskarte im deck da geht es darum auf jeden fall mal natürlich auch anderen zu öffnen oder jemand öffnet sich dir und ganz allgemein ausgedrückt der schlüssel natürlich die karte für den erfolg also dein erfolg am wochenende kommt auf jeden fall wenn du bei dir bleibst wenn du deiner klarheit in deiner fülle und in deiner wunscherfüllung bist das heißt was du dir wünschst was du machen oder erleben möchtest oder vor hast du es einfach und sei nicht so viel für die anderen da wenn du keine lust darauf hast ja also auch wenn du nur sagst okay ich freue mich jetzt einfach darauf das wochenende total zu entspannen und zu relaxen ich will serien schauen ich will auf der couch sitzen will was spielen will einfach in der terne entspannen einfach nur für mich da sein dann tu das ja das ist nämlich auch gut und schön zu sehen dass du da auch weiter kommst an der stelle war also von daher die energie schon mal sehr sehr gut dass man sagen kann wenn du bei dir bleibst wenn du nicht aus deiner mitte geläst oder wenn du für andere ständig da bist du sagst ja ja ich mache schon ich tue schon na und das wirklich wenn ich auch gar nicht selber möchtest und sagt jetzt muss ich da auf den geburtstag gehen oder jetzt muss ich damit in die bar und weil ich habe es ja versprochen aber eigentlich gar keine lust dann bleibt daheim dann macht das was du am liebsten machen würdest oder mache etwas anderes aber verstell dich nicht na okay wir schauen mal weiter was gibt es denn da so schönes in der das war zu viel in der liebe weil wir schauen ja auch mal in die liebe rein hier geht ja am kanal hier eigentlich vorzugsweise darum an zu sagen was kann ich mir selber gutes tun aber dazu gehört natürlich auch dass man sich mal in jemanden verguckt jeder mensch verliebt sich am tag eine millionen mal auf der welt und auch wenn du noch so sehr in deiner mitte bleibst und bei dir bist und in einem selbstwert bist darfst du auch mal ein auge auf jemand anderen werfen okay da geht es ja schon mal schön los das ist die sonne die sonne ist die große große glückskarte entdeckt also das sind schon mal sehr sehr schöne energien wenn ich sage was ist denn in der liebe los wenn du jetzt single bist und hast gar keinen wunschpartner kann es sein dass dir da vielleicht auch mal im draußen jemand über den weg läuft und sagst den möchte ich vielleicht mal näher kennenlernen wenn du einen wunschpartner hast ja ist vielleicht auch so dass du da deinem glück einen schritt näher kommen kannst also auch hier schöne energien das kann man das lässt sich jetzt auch nicht schlecht reden also die sonne sowieso eine meiner lieblingskarten mit dem anker kommen wir in der liebe am wochenende der stabilität und dem halt einer partnerschaft eventuell einen schritt näher das ist jetzt die gute frage es sieht zumindest sehr gut aus dass du in sachen liebe am wochenende einen großen schritt in richtung sicherheit machen kannst das heißt wenn du jetzt einen wunschpartner hast ist gerade nicht so sicher oder du weißt nicht so recht ja will der jetzt was oder will er nichts was ist denn nur los mit dem da schaut es mir jetzt zumindest mit diesen beiden karten schon so aus ja dass man da einen großen schritt in richtung partnerschaft machen kann also ja doch 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 schaut gut aus in der liebe wir schauen mal weiter was wir noch kriegen alle alle guten dinge sind drei ein geschenk okay das ist natürlich auch schön ein geschenk in der liebe und das ist natürlich ein toller titel großes glück und ein geschenk in der liebe klingt wie ein alter deutscher film noch okay also in der liebe sehr sehr schön aber natürlich auch nicht vergessen bei dir bleiben stabil bleiben dein weg auch gehen und sagen ja ich bin stabil mir geht es gut bin in meiner mitte ich darf auch jemand anderen begehren ich darf auch mich verlieben davon von jemand anderem was wollen ist auch völlig okay solange ich in meiner eigenen mitte bin und wenn ich merke na gut das wird vielleicht vorne und hinten nichts dann kann ich das auch loslassen weil ich einfach stabil genug bin mit meinen emotionen dass das nicht so schlimm ist aber es schaut hier wirklich aus in sachen liebe dass da mal was voran geht also wir wollen natürlich jetzt auch mal gemäß dem motto des kanals schauen was ist denn für dich am wochenende richtig und wichtig und da ist schon auch gleich ein hund gefallen so der hund der steht ja natürlich schon auch für ja loyalität freundschaft besteht für ja auch sich selber treu sein also wenn du zu dir selber stehst wenn du selber zu dir loyal bist und sagst okay ich mache nur dinge die für mich in ordnung sind dass mein glas immer voll ist ja dann bedeutet das auch dass ich immer mal zu mir selber stehen muss oder hinter mir hinter meinen entscheidungen entstehen muss hinter meinem weg stehen muss die nicht gehe dass ich auf jeden fall am ende des tages sagen kann okay ich habe gewisse dinge entschieden und da stehe ich auch zu 100 prozent dahinter weil es einfach meine entscheidung ist also dir selber treu bleiben wichtig an der stelle und dann schauen wir mal was man da noch liegen jetzt weiß ich gerade gar nicht ob ihr eine bohrmaschine hört meine nachbarin bekommt seit vier tagen ein neues badezimmer aber der lärm wird schon langsam weniger okay so als wir überhaupt keine karte mehr springen da ist eine was haben die blumen okay auch hier harmonie schönheit wachstum aufmerksamkeit und die blumen natürlich auch eine karte für den selbstwert die selbstliebe und das selbstbewusstsein also auch ganz klar noch mal hier zu sehen am wochenende für dich ganz ganz wichtig zu sein ich bin bei mir ich mache mein mein glück meine laune und mein alles mögliche nicht von irgendwem oder von irgendwas abhängig nee das mache ich von mir selber abhängig ich mache nämlich dinge die mir gut tun und ich mache auch dinge die mir spaß machen wo ich sage okay da habe ich meine freude mein spaß da bin ich bei mir die blumen harmonie wachstum ja in der liebe ein schönes geschenk ein großer schritt in richtung liebe vielleicht auch na hier liegt ja um auch die wunsch erfüllung drin und der ring ja das ist ja wenn ich jetzt frage was ist ganz besonders für dich wichtig am wochenende da geht es natürlich auch darum zu sagen ich oder du darfst am wochenende für dich schauen dass für dich die dinge rund laufen na das ist ja so eine karte ein kreis schließt sich ein zyklus beginnt die dinge laufen rund also auch hier schöne energien wenn ich frage was ist denn für dich jetzt wichtig am wochenende schöne energie für dich selber schöne energie für die liebe und hier oben auch natürlich in deiner klarheit in deiner hülle in deiner wunscherfüllung zu sein auch ganz wichtig an der stelle na also wir wollen aber mal weiter schauen was sagt denn da ist eigentlich noch die geistige welt dazu er hat ja auch mal ein wörtchen mitzureden ein bär ja der bär ja der steht ja auch gern mal für kraft und für stärke kann auch der vorgesetzte der chef sein eine männliche energie aber ganz allgemein steht der bär natürlich für kraft und für stärke und wie kommst du in deine kraft und in deine stärke indem du bei dir bleibst indem du dinge tust die sich für dich gut anfühlen dann bist du in deiner kraft in deiner stärke und das sagt ja scheinbar hier jetzt auch die geistige welt die sagt so so das wochenende steht also vor der tür na schau mal in der liebe kann was gehen einiges sogar aber schau doch mal dass du da auch irgendwie bei dir bleibst und nicht in der mitte von irgendjemandem anderen unterwegs bist da okay da ist eine runtergerutscht das ist noch machen noch ein ring okay alles klar ein zweiter war ein zweites mal der ring an der stelle also auch hier in der botschaft aus der geistigen welt heißt es schau mal dass für dich die dinge am wochenende rund laufen dass du stabil bist und dann kannst du auch mal hier in der liebe eine guten entscheidungen film die dich dann vielleicht einen schritt mehr oder näher in die stabilität bringen also passt ja irgendwann sprich jetzt irgendwo auch alles zusammen schauen wir mal was wir noch kriegen kriegen die wege die wege ja da geht es natürlich auch um entscheidungen um einen weg die du gehst ja dinge die du für dich natürlich auch entscheidest die für dich gut sind dass du in deiner kraft in deiner stärke bleibst also auch hier die geistige welt sagt servus ja am wochenende schauen dass du stark und kräftig bist in deiner energie dass für dich die dinge rund laufen das hat man hier auch für deinen weg für deine entscheidungen die fische auch noch mal hier als hauptenergie da geht es natürlich auch darum ja gefühle partner partnerschaft oder eben auch dass die dinge im fluss sind na also auch hier schön wir wollen aber jetzt als abschluss selbstverständlich noch ja eine karte aus dem schönen eulen glückseligkeits orakel kartendeck haben und schauen wir mal was wir da so sehen will die ja so wenn du etwas manifestieren willst brauchst du keine gedankenkraft sondern gefühlsstärke folge dem pfad der freude so und das passt jetzt natürlich sehr 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 gut dazu folge dem pfad der freude und der pfad der freude ist ja nicht ein pfad den dir irgendwer oder irgendwas den pfad gemacht haben sondern den pfad der freude da gehst du ja selbst entlang na sagst ok ich habe jetzt entschieden zum beispiel jetzt am wochenende ich mache dies und das gerne ich werde dinge machen die mir gut tun ich will spiel jetzt nicht den hanswurst für irgendwen oder die wohin wo ich überhaupt keine lust drauf habe sondern ich mache das was mir spaß und freude bereitet und genau daraufhin ist das dick auch ausgelegt mit einer wunderschönen prise liebe also da bin ich schon mal sehr gespannt meine lieben ja wünsche euch morgen am freitag ja schon mal einen tollen start ins wochenende na da geht es ja schon los und ja können wir ja dann auch mal gerne in die kommentare schreiben wie es denn so war wie es denn so läuft oder lief freue ich mich natürlich immer sehr und ansonsten ja sehen wir uns hier am kanal montag wieder ich werde jetzt mal versuchen ein paar youtube shorts zu machen das sind videos die gehen maximal eine minute ich muss das mal ausprobieren wie das funktioniert ein youtube short wo man eben eine karte eine tageskarte zieht da was bringt uns der jeweilige tag erklärt kurz und es darf nur so eine minute dauern also lasst uns das mal alle gemeinsam ausprobieren und dann schauen wir mal wie die shorts so laufen na also meine lieben bleibt gesund sei lieb zueinander und wir sehen uns dann ja beim nächsten short also bis dann